Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zu den NBA Playoffs bei Playgrounds 2. Es geht in das zweite Spiel gegen die 76ers. In der letzten Folge haben wir schon ein bisschen über Stacker ausgequatscht, aber da gibt es natürlich auch noch Bobby Jones, der eigentlich ein Vorzeigespieler, Athlet war, besonders in dieser Zeit, in dieser Generation war er einer der besten defensiven Spieler, die es überhaupt jemals gab. Bobby Jones wurde halt achtmal ins All-Defensive-Team gewählt hintereinander, was völlig krank ist. Heißt übrigens eigentlich gebürtig, deswegen muss ich auch nochmal nachschauen, weil ich kenne ihn eher unter seinem Vollnach, Robert Clyde Jones. Bobby Jones ist dann quasi sein Spitzname. Echt ein richtig guter Typ, also da kann man sich auch mal ein paar Sachen angucken. Bei der Defense, die er damals gespielt hat, war einfach echt richtig, richtig gut. Und hat besonders auch diesen Wechsel von der ABA zur NBA mitmachen müssen. Also hat er am Anfang erstmal bei den Denver Nuggets gespielt. Und dann spielt er in der NBA, nachdem die ABA ja pleite gegangen ist. Hat er dann für die 76ers gespielt, deswegen jetzt hier, nicht wundern, weil der spielt ja jetzt hier für die 76ers. Also da war er dann oft jahrelang. Jetzt muss ich auf jeden Fall mal scoren. Der geht rein. Hat er dann quasi von 78 bis 85, 86 oder sowas hat er Defense. Oh come on. Hat er dort gespielt. Oh der Oh 66 Prozent, der droppt nicht. Jetzt muss ich mich ganz kurz konzentrieren. Gib der noch ein bisschen Input. Kann ich auf jeden Fall sagen, dass er damals mit den 76ers die Lakers in den Finals mal 4-0 weggeputzt hat. Keine Chance. Und auch zum 6. Man of the Year gewählt wurde. Äh, okay. Das war nicht der Plan. Oh, Duncan Double Points. Das ist nice. Das muss man auf jeden Fall gleich mal ausnutzen. Embarrassing attempt there. Oh, geil. Defense ist Nabs it for a second chance. Die Defense ist schon He cannot get past his defender. Ey, was war das jetzt wieder? So ein Geschenk. Tatum. Du hast den Speed picked. Run it out. Plötzlich, plötzlich könnt ihr krasse Defense spielen, oder? Das ist schadevoll. Ey. Pierce. Defense ist an ihm wie Glüh. Ja, und jetzt macht er keinen Dunk, sondern so ein... Shit. He got picked. Darfst du deinen Bonus nicht erschenken? Das werde ich auf jeden Fall schwierig gewinnen. Ja, wenn so einer dann auch daneben geht, dann gewinnst du es ganz sicher nicht. Oh, komm ey. Also jetzt, als wenn sie jetzt alles verteidigen, ja? Weil ich es doch gesagt habe, oder? Ja. Danke. Droppt er endlich auch mal. Stackhouse. In your mind, it was probably going to look really cool. Controlling the glass with the grab and pass. Jones. Ich kriege es nicht verteidigt. Das wird auf jeden Fall ein Entscheidungsspiel geben. Und es wird wieder... Bobby Jones bastet gerade völlig aus. Und Stackhouse blockt auch sofort wieder weg. Ey, wenn der jetzt reingeht... The three does not go down. Shot... Wie kann ich die Shot Dog übertreten, ne? Hatten... Ah, nein, die haben den Bonus... Oh. Was war das ein Shot oder ein Pass? Ja. Going to the glass. Oh. Again. Again. Ich hatte sogar 6% Chance, dass der reindroppt. Auch geil. Mies. Das war nicht mein Game. Das war nicht mein Game. Gut. Konzentration. Jetzt wirklich voller Fokus. Ich will natürlich jetzt in die Finals und nicht am Ende hier versagen. Das passt schon. Ja, Mann. Direkt der ganz normale, stinknormale Fadeaway, der reingeht. Und eigentlich der Stil. Oh, Jungs, wie krank stark ist das? Perfect shot in your face. Direkt der Boost am Start. Serie. 6-0. Stackhouse und Bobby Jones. Stackhouse. Ich hätte hier noch einen krankeren Alley-oop. Am besten vom Parkplatz oder so. Pierce. Gib mir die Kucke. Streak. Nichts, Streak. Ich zeige euch gleich Streak. Kennst du einfach Midrange-Jumper in your face? Ja, kick mich nur. Red es mal einfach weg, wie es dir passt. Okay. Okay. Hab's registriert. Hab's registriert. Streak. Ihr habt es gesehen. Safe. Safe. Das Spiel kann auf jeden Fall auf jeden Fall gehen. Das ist schade. Das war ein ganzes Stück nichts. Lächerlich, ey. Ja, also. Ja, hier. Easy. Als wenn er mich jetzt jedes Mal wegkickt in der Luft. Defense is running down that shot clock. Jones. Oh, Defense. Cookies. Stark. Tatum. Gönn dir. Ist mir jetzt egal. Einfach safe. Ich brauche jetzt keine spektakulären Dunks, sondern ich brauche Points. Ich will nicht fighten. Ich will nur die Dice. Ja. Do it for the money. Yeah. Do it for the price. Komm, jetzt ist die Weltklasse. Als macht er den schon. Die Defense is all over them. Pressure. Pressure. Bus. Pikes. Hey, war ganz ehrlich. Was treffen die bitte für Dinger? Irgendwo von außerhalb. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Stackhouse. Jones. Defense is like a wall holding back that drive. Sowas von in dein Gesicht. The defense is all over them. Wenn er den jetzt nicht reingemacht hätte, ich glaube, dann wäre ich völlig ausgerastet. Ich glaube, dann wäre ich echt richtig eskaliert. Bam! Oh, you got the cursed lottery pick. Those guys don't stand a chance. Das ist nicht dein Ernst, dass der mir jetzt zum Ende den gibt. Pierce. Oh, und der dropped in your face. Game over. Und da kommt noch fast das Ziel. Jones. Der geht daneben und damit... Ach, in die Feils, bitches. Dann mach ich ihn halt daneben. Soll ich den Dreier nehmen, den vergisst denn? Ja, Bräumer. Bam! Die... Boah, Alter, wie die mich jetzt aufgeregt haben in der Defense. You straight up outplay them. Keep that up and we'll see you in the Finals. Gegen Houston. Oh, Gott. Ja, mal gucken, wer da dabei ist. Da können... Oh, Gott. Da können richtig kranke Spieler am Start sein. Du hast deine Rivalen besiegt und dich für die Finals qualifiziert. Starkes Ding. Also. Boah, Alter, was ein Brett. Hakim Olajuvan und James Harden. Das könnte hart werden. Schaut euch bitte die Werte an. Alleine... Aber 77 Block, ich glaube, Hakim ist... Ist der nicht All-Time-Leader, was die Blocks angeht? Also mal... Ja, NBA All-Time-Leader, Blocks, Platz 1, 3.830. Points, Platz 11, 26.946. Machen wir die Liste voll. Steals, Platz 8, 2.162, was für den Big ja mal auch völlig krank ist. Und Rebounds, Platz 13, 13.748. Ansonsten MVP 1994, zweifacher NBA Defensive Player of the Year. 13, 14.170. Da siehst du mal, zweimal ist es so geworden. Umso krass ist wieder... Die Leistung von Bobby Jones... Alter, das 8 Mal zu schaffen, ist halt echt auch krank. Okay, let's go. Und James Harden zeigt gleich mal, dass er der absolut gerottigste Verteidiger auf seiner Position ist. Aber halt nen... Abis. Aber halt ziemlich krasse Dreierwerte hier in dem Game. Deswegen da ein klein wenig Vorsicht. Okay. Und ab geht's. Und die nächsten Points. Und damit steht 7 zu 0. Elijah Wan. Elijah Wan am Ball. Und der nächste Stil. Und Paul Pierce. Nehmt den Dreier. Wenn der jetzt gedroppt wäre, dann wäre es wahrscheinlich schon wieder zu hart gewesen. Ein nächster Stil. Schocklock-Lotterie-Pick. Dinge sind jetzt schon zu intensiv. Ich glaube, ich muss hier wirklich auf sichere Game gehen. Die Defensive riecht auf dem Schocklock. Oh, der... Der war aber hartbar daneben. Oh, yeah. 9 zu 0. Ansonsten, Houston, meine neue Franchise in der Karriere. Also auch da gerne rüber gucken. Da geht's jetzt in den nächsten Spielen. Auch richtig heftig ab. Oh, nee. Die Defensive ist wieder... Die Defensive ist am Start. Nein, der muss natürlich rein. Oh, was ein Block. Was ein Block. Und der ist gezidiert aus der Luft. Ich raste aus. Okay, Olajomann haut mich einfach komplett tot. Oh, nee. Nein, nicht dieser Bonus. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so krass. Und direkt das Back-to-Back-Steel. Und eigentlich ein schöner, offener Wurf, aber der... Der droppt easy. Korbleger. James Harden. Also James Harden vom Ballhandling her ist nicht ganz am Start. Better use it wisely. Krass, der nimmt sogar diesen Jumper. Normalerweise sind die da immer voll drauf fokussiert. Oh, jetzt weg. Game over. 14,4. 30 Sekunden noch. Wiggle, wiggle. Und Wiggle, wiggle. Und Wiggle, Wiggle, Defense. Und Wiggle, Wiggle, Defense. Und Wiggle, Wiggle, immer noch Defense. Und immer noch Defense. Und der gehört mir. Okay, Hakim. Oh, Butterfingers. Man, he must have some Butter in his pocket. Cause man, the bombs are slipping away from him today. 14,4. 14,4. Ja, wenn ich das nächste Spiel jetzt gewinne, dann... ...hätten wir den Titel. Big Playoff-Win. Dann hätten wir den Titel. Gehen wir direkt rein, dann schaffen wir das auf jeden Fall. in dieser Folge auch noch. Ähm. Wir bekommen zwar keinen Spieler, weil ich Ray Allen ja schon am Start hab. Aber... ...trotz allem gewinnen wir dann gemeinsam in dem Let's Play unsere erste NBA-Season. Damit die nächste Folge auf jeden Fall ein Pack-Opening sein. Und dann gucken wir... ...ob ihr noch Bock habt, auf noch eine NBA-Saison zu... Ich finde, diese Folgen sind ziemlich gut reingekommen. Ich glaube, auch wenn die einfach zu kurz sind. Die kann man sich mal... ...nebenbei ganz nice reinziehen. Okay, das war jetzt leicht zu stürmen. Da gab's einen leichten Dritt ins Gesicht. Du bist ein Heroin, wenn du gewinnt. Sooo, du siehst die Bewegungen? Ja, wir haben einige legendäre Spieler auf der Karte heute. Du musst nicht hören. Fear the beard. Fear the beard. Okay. Alter, jetzt kommt der mit Steels. Jetzt kommt der mit... ...Hakim rastet völlig aus. Ach, boah. Ja, nix Rockblocker. In. Your. Face. Come on. 4 zu 5. 4 zu 5. 6 zu 5. volle Konzentration. Tatum. Ich wusste es. Don't even try it. Hab ich. Posturized. Oh, Double Dunk. Oder beziehungsweise Double Points für den Dunk. He put him on Skate. Was geht? Alter, was... Alter, was macht der? Er hat mich gerade zerstört. Aber er macht ihn nicht rein. Streak. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Wisst ihr, wie das... Alter, wie hat Hakim das gerade eben gemacht? Wie geht das? Wenn es jemand von euch weiß, bitte gerne. Oh, Harden. Geht extra raus. Und er steht da noch auf der Linie. Pierce. Nein, smooth like Butter. Das hätte es schon halb sein können. Hakim Olajuwon. Keeping it alive. Hab ich. Easy. Defense is slowing the drive to a crawl. Das ist ein bisschen frech. Defense is slowing down this drive. Den block ich noch. Den block ich noch. Und das ist, warum er den most dangerous shooter in seinem Game right now ist James Harden. Gönnt euch diesen Move. Gönnt euch diesen Move. Jason Tatum. Einmal Cross-Over reingezogen. Ripped his pockets. Oh, great handles. Splash! Boah, ist das eng, ey. The defense is all over them. Tatum. You can't miss those. Ah, der muss rein. Der war komplett wide open. You better not bust me right now. Bricklayer on the job. He grab the rebound and kicks it out. Ja, und Hakim geht Gott sei Dank nicht drauf. 12 zu 17, das könnte es gewesen sein. Get out of my face. Get out of my face, sehe ich auch so. The bottom. Den macht der halt nochmal rein. Wie kann ich den, ey, wie kann ich den bitte verlieren? Oh, den verlieren sie auch. Der gehört mir. Defense is like a wolf. Krieg ich nicht? Oh nein, nicht James Harden. Nicht James. Ich hab ihn. Turnover. Und Jason Tatum macht, jetzt ist es vorbei. 14 zu 19, der Bonus von ihm läuft auch runter. Den macht er auch nochmal daneben und damit sind wir NBA-Champion. Okay, macht er nicht rein, danke. Jawohl, Mann. Chuck the Brick at the basket. Easy. Also ich glaub, da können wir auf jeden Fall, wenn wir nochmal eine NBA-Saison machen, mit der Schwierigkeit hochgehen. Come on. Geile Geschichte. Die Frage ist, was krieg ich jetzt? Ich hab ja Ray Allen schon am Start. Wir bekommen hier auf jeden Fall nochmal einen Bonus. Ist abgeschlossen. Mehr gibt's nicht. Also. Worauf habt ihr Bock? Jetzt erstmal ein Pack-Opening. Nächste Folge. Ganz entspannt und easy. Ich hab 21.000 Points. Das sind auf jeden Fall vier Gold-Packs. Dann hab ich, ich glaub, zwei oder drei Gold-Packs geöffnet. Das hab ich noch als Video. Das werd ich mit reinschneiden. Und dann können wir, ja, einfach mal schauen. Wollen wir nochmal eine NBA-Saison machen mit einer anderen Franchise? Wollen wir erst gucken, was für Spieler wir bekommen? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, ich sag, vielen Dank fürs Reingucken, die jetzt in der ersten NBA-Saison schon dabei waren. Hat echt super viel Spaß gemacht. Und wenn ihr noch irgendwelche Tipps oder Tricks habt, dann gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Max. Ciao.